Eine klare Sprache trägt nicht nur zu einer positiven Ausstrahlung bei, sondern ist auch wesentlich für berufliche und private Erfolge. Bei schöner Sprechen der Praxis von Edith Schmidt-Tatzreiter im Süden von Salzburg hilft man ihnen in angenehmer Atmosphäre zu einer elaborierten Sprache zu gelangen, um sich in allen Lebenslagen adäquat artikulieren zu können. Die breite Dienstleistungspalette der Praxis reicht dabei von gezielten Stimm- und Sprechtreten, über die Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen jeder Art, wie Stimmbandlähmungen, Stottern bis hin zur Atemtherapie. Und das für Patienten jeden Alters. Ein zusätzliches Angebot ist das begleitete Fasten in ambulanter Form oder in Wochenkursen, um ihre Lebensqualität nachhaltig zu steigern. Dabei ermöglicht es die umfassende Ausbildung von Edith Schmidt-Tatzreiter, jede Therapie, jedes Coaching individuell auf Sie abzustimmen. Finden auch Sie mit den exzellenten Trainingsmethoden und Angeboten von Schöner Sprechen zu einer neuen Qualität in allen Lebenslagen. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.schönersprechen.at zum nächsten Mal.